Bei der Herstellung des neuen Golf verzichten wir auf FCKW. Cadmium und Asbest sind ebenfalls kein Thema. Und alle umweltbelastenden Arbeitsstoffe bleiben außen vor. Und das Schönste, wenn wir ihn lackieren, tun wir das auch umweltverträglich. Mit Lacken, die wasserlöslich sind. Was Sie davon haben, wenn Sie den neuen Golf fahren? Ein Auto, das sauberer in unsere Umwelt passt. Was Sie davon haben, wenn Sie den neuen Golf fahren?